Erfühle Dein Körper mit Deiner Präsenz, entscheide Dich jetzt in Dir zu sein und jetzt spüre unter Deinen Füßen Deine Erdchakra, wie ein warmer Stern leuchtet es unter Deinen Füßen und Du spürst, wie es Dich direkt mit dem Herz der Mutter Erde verbindet. Du bist hier auf diesem Planet. Du bist in diesem Leben und das ist Dein Recht, hier zu sein und alles zu bekommen, was Du Dir je gewünscht hast. Spüre die Verbindung der Mutter Erde und ihre Kraft und ihre Liebe steigt jetzt in Dich hinein. Erfühle Deine Füße, fließt in Deine Knien, in Dein Becken. Spüre, wie es regeneriert, erneuert das gesamte Zellgewebe in Deine Beine, in Deine Füße, in Deine gesamte Gelenke. Die Kraft der Erde fließt in Dein Genitalbereich, in Dein Kleinbecken und Du spürst, wie auch hier erwacht jetzt Deine Urkraft, Dein intuitives Wissen, die Urkraft, Deine Ahnen, Urkraft der Erde und diese Kraft steigt in Dir auf, immer höher und höher und erfüllt und regeneriert das gesamte Zellgewebe in Deinem Körper. Es fließt in Dein Solaplexus und Du spürst, wie es hier wärmt, erneuert Dein gesamtes Verdauungssystem. Die Urkraft der Erde steigt höher in Dein Herz hinein und verbindet sich mit Deinem inneren Licht. Mit der Licht des Universums in Dir, mit Deiner göttlichen Kraft. Und Dein Herz erstrahlt jetzt in Licht und in Liebe nach allen Seiten, reinigt, reinigt, heilt, erneuert Dein gesamtes Körper und steigt höher in Deine Schulter, in Deine Hände, in Dein Hals. Fließt in Dein Kopf hinein, reinigt, regeneriert das gesamte Zellgewebe in Deinem Kopf, Deine Augen, Deine Ohren, Dein gesamtes Gehirn. Und fließt dann weiter über Dein Kopf hinaus, über Dein Kopf zu Deiner Sonne, über Deinen Kopf zu Deinem Himmelschakra. Und Du spürst, wie Deine Sonnenchakra, diese Himmelschakra über Deinen Kopf beginnt, in einem goldenen Licht zu strahlen. Universelle Weisheit und Liebe strahlt jetzt in diese Chakra über Deinen Kopf. Und dieses Licht, die bedingungslose Liebe und die Weisheit des Universums, jetzt fließt wie eine Dusche, wie eine goldene Dusche, wie eine Strömung in Dich hinein, von oben wieder nach unten bis zu Erdchakra hinein und erfüllt Dich mit Erneuerung, mit Gelassenheit, mit Freude, mit Heilung. Licht der Erde und das Licht des Universums vereinen sich in Dir, in Deinem Herz. Und aus dem Herz fließen sie wieder in Deinen Kopf hinein. Und Du schickst sie jetzt in Dein Stirnchakra, zwischen Deinen Augenbrauen. Spürst Du jetzt den Punkt. Konzentriere Dich jetzt auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Stell Dir vor, Du öffnest hier ein Fenster. Und das goldene Licht kann hineinfließen. Und das Licht fließt bis zu Deinem Hinterkopf. Und Du spürst jetzt den Punkt an Deinem Hinterkopf. Und Du spürst, wie das Licht auch von hinten, von Deinem Hinterkopf hineinfließt und aktiviert auch diese Chakra. Von dort fließt das Licht zu Deinen Ohrenchakren. Und Du spürst, wie die Ohren beginnen zu glühen. Von innen zu vibrieren. Als ob Du hier auch zwei Fenster geöffnet hast. Und das Licht, das Universum, strömt jetzt durch die Ohren in Dich hinein. Und jetzt hast Du vier Punkte in Deinem Kopf aktiviert. Ein Viereck. Und aus diesen vier Punkten, vier Ecken, schießt jetzt vier Strahlen zu Deiner höchste Stelle an Deinem Kopf, zu Deiner Kronenchakra. Und es entsteht eine Pyramide aus goldenem Licht. In dieser Pyramide drin befinden sich Deine Drüsen, Deine Hyperfüse und die Zirbeldrüse. Und die leuchten ebenfalls. Reinigen sich jetzt, zentrieren und regenerieren sich jetzt, so dass Du offen bist für Dein neues Leben. Und für die Weisheit. Und spüre, wie jetzt ein goldener Strahl in Dein Kopf hineinfließt und diese Pyramide mit dem goldenen Licht, mit der Weisheit erfüllt. Und dadurch wird Dein drittes Auge aktiviert. Dein intuitives Wissen wird aktiviert. Und durch dieses intuitives Wissen und die Heilung, die jetzt hier entsteht, fließt diese Energie in Deine physischen Augen hinein, in Deine rechte und linke Augen. Atme das Licht in die Augen hinein. Atme das Licht ein in die Augen. Und atme das Licht durch die Augen wieder aus. Atme das Licht in die Augen ein. Und wieder ausatmen. Und jetzt atme durch die Augen das Licht auch in die Sehnerven, die über Kreuz zu Sehzentrum verlaufen. Stelle Dir vor, wie die Nerven, wie goldene Faden sich mit Licht fühlen und es entsteht ein Erneuerungsprozess. Spüre, wie sie sich jetzt reparieren, wie sie sich jetzt regenerieren in diesem Moment. Und die Regeneration geht auch tiefer bis in die Sehzentren hinein an Deinen Hinterkopf. Spüre, wie an Deinem Hinterkopf goldene Sterne erleuchten. Und die Sehzentren werden gerade gereinigt, aktiviert, zentriert, erneuert. Atme das Licht durch die Augen ein und sage Dir innerlich, ich habe vollkommen gesunde Augen. Ich öffne mich für die Heilung. Meine Augen. Ich erlaube es mir, wieder heil zu sein. Ich habe es verdient, heil zu sein, schön zu sein, glücklich zu sein. Atme das Licht durch die Augen ein und atme das Licht durch die Augen aus und sage Dir innerlich, ich sehe klar, in fern und nah. Ich habe vollkommen gesunde Augen. Und nochmal atmest Du Licht durch die Augen ein und aus und Du sagst Dir innerlich, ich habe vollkommen gesunde Augen. So ist es, das ist mein Gesetz. Atme Dich ein in den Raum zurück, Spüre Dein Körper, bedanke Dich und komme wieder zurück im Hier und Jetzt. Bewege Deine Füße, Deine Glieder, Dein Kopf, öffne Deine Augen und sei wieder da. Willkommen im Leben.